Wenn ein Presslufthammer dröhnt oder eine Motorsäge kreischt, dann ist das nicht unbedingt schön, aber laut. Und alles, was laut ist, ist gut, um ein neuer Disco-Sound zu werden. Techno heißt das akustische Chaos, das zurzeit bei Teens und Trends mega in ist. Mit Musik hat das Ganze nicht viel zu tun, eher mit einer Art Rauschzustand. Die Techno-Fans benutzen ihren Sound wie eine Droge. Superschnelle Rhythmen beschleunigen die Herzschläge. Die extreme Tonfrequenzen stimulieren bis zur Ekstase. Was hier aus dem Lautsprecher knallt, schaffen die Höhreorgane nicht mehr. Techno ist für unsere neue Musik vorn. Die Höhreorgane, die Weiterentwicklung vom Disco. Und nämlich inzwischen zu den details Martin Kerst. Sieh also aggressiven Aspektivitäten. aus den Abbauern hilft und für uns hilft es einfach auf spaßiges Wochenende zu haben. Die Szenerie ist gespenstisch. Lärm gleich am Luftangriff. Die Szenerie ist gespenstisch. Das ist ganz viel technisch voll. Alle muss kommen auf dem Kühlschrank, nämlich noch nach dem Szener. Untertitelung des ZDF für funk, 2017